Wollen wir uns mal dem Thema Backup & Restore widmen? Wir machen das Ganze auch so ein bisschen realistisch, okay? Lasst uns einfach mal anfangen. Wir machen jetzt gleich ein kleines Spiel. Als allererstes, viel wichtiger noch, MailCore bringt selber die passenden Skripte mit, um halt eben ein einfaches Backup von meinen einzelnen Diensten oder eben von allen Diensten zu machen. Habe ich schon mehrfach ausprobiert, funktioniert wirklich, wirklich gut. MailCore bringt auch direkt schon für den Dummen einfach, also so für mich zum Beispiel, die Informationen mit, was muss ich eintragen, um einen Cron-Job einfach auszuführen. Es gibt hier ein ganz normales Backup-Script, wo man dann auch nochmal seine Parameter selber reinposten kann. Es gibt sogar irgendwie eine Anleitung, die Backup-Strategie mit R-Sync zu machen, mittels dem MailCore-Backup-Script. Aber ganz ehrlich, wenn man alleine schon hier oben die Option hat, einfach ein Backup zu erstellen, dann wird wirklich in den Ordner erstellt, wo dann Target-Z-Dateien drin sind, mit denen man einfach echt super easy arbeiten kann und die nachher auch super easy genommen werden kommen, um einen Restore zu machen. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe die Scheiße hier aufgerufen. Wir gehen einfach mal da rein. Opt-MailCore-Dockerized. In dem Ordner L-Post-Scripts liegt das Ganze drin. Da gibt es jetzt eine Datei namens Backup-And-Restore. Da gehen wir jetzt einfach mal rein, starten die Datei. Und wenn ich jetzt richtig liege, müssen wir hier sagen Backup und dann auch das, was wir backupen wollen. Denn ich glaube, das sagt, ich mache mal das Fenster so, damit ihr auch alles lesen könnt. So, wunderbar. Und da haben wir es jetzt. Also bitte gib an, Backup-And-Restore, Backup und dann, was willst du eigentlich backupen? In unserem Falle sage ich jetzt einfach mal All. Und dann bestätige mir das Ganze All. Jetzt fragt er mich, wohin soll ich das Ganze denn backupen? In meinem Falle sage ich jetzt einfach mal Temp, ist ja scheißegal. Jetzt geht er wirklich hin. Guckt in die Ordner rein, in die Ordner rein, wo unsere ganzen Daten liegen, also unsere E-Mails, unsere Datenbank, da steht es auch gerade, MariaDB hat er gerade gemacht, die Reddels-Datenbank braucht er, die Kalendereinträge und, 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 und. Das ist alles das, was wir irgendwie brauchen und irgendwie backup werden soll. Und das macht der Kollege jetzt hier alles automatisch. Und natürlich, er heißt es, er macht es automatisiert anhand von einem Timestamp und er kann, das wollte ich euch zumindest auch nochmal zeigen, direkt rückwirkend noch löschen, wie viele Tage sollst du behalten. Kann man halt eben alles angeben, wie viele Backups würde ich denn überhaupt behalten und wie lange rückwirkend soll er überhaupt was behalten. Eine einfache Skriptlogik. Wenn man in das Skript reingucken würde, kann man es damit sicher auch ganz gut drauf. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Interessiert euch sowieso nicht. Für den, der es interessiert, der guckt da selber rein. So, und da seht ihr schon, das ist jetzt der Backup-Folder. Also unter Temp habe ich ja gesagt, legt das Zeug ab. Er hat einen Ordner erstellt mit dem entsprechenden Datum und Timestamp und da drin liegt jetzt HGZ-Dateien und eine Mail.co.conf. Also genau so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Dass man wirklich auch etwas hat, womit man was anfassen kann. Und ihr seht, wenn ich jetzt weiter hochscroll, er hat ja oben ja hier wirklich Ordnerstrukturen mit, 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 die ganzen Spam-Scheiße. Meine ganzen E-Mails mit Trash und Ordner und was nicht alles. Das hat er halt eben wirklich ausgelesen und hat der Impact. Also näher an der Materie kann man einfach nicht mehr unterwegs sein. Also wirklich nicht. Und ich würde sagen, jetzt startet einfach unser fiktives Szenario. Ich habe es selbst nicht getestet. Ich mache es mit euch live, keine Ahnung. Wir haben jetzt gerade ein Backup gemacht. Aktuell jetzt gerade. Jetzt spielen wir das Szenario einfach mal durch. Dann habe ich jetzt einfach mal gesagt, alles klar. Hier, ich ganz schlechter, ganz schlechter Mitarbeiter. Ich wurde gerade gekündigt, bis zum geht nicht mehr. Was mache ich natürlich? Ich nehme meinen ganzen, mein ganzes Postfach, Steuerung, A, Umschalt, Entfernen, weg die Scheiße. Okay. Jetzt wird mal eine ganze Netzwerk, was mache ich denn jetzt? Ich hoffe, dass der natürlich jetzt hingeht nachher und ich werde nicht ein Restore machen, dass der ganze Müll einfach nachher wieder da ist. Ich sehe gerade unten im Outlook, da steht noch, es wird gerade alles aktualisiert und ihr hat es wahrscheinlich nicht in gelöschte, doch er hat es in gelöschte Elemente reingepackt. Wir sind jetzt mal dreist. Natürlich, wenn wir was machen, machen wir es richtig. Wir schmeißen die Scheiße auch da weg. Ihr seht, er ist da sogar noch am Synchronisieren. Da kommt noch ein paar E-Mails gerade rein. Deswegen auch die löschen wir auch nochmal weg. Ach, da siehst du, er ist noch immer noch dabei. Er arbeitet noch. Er arbeitet noch. Wir geben ihm jetzt mal eine Sekunde. Ah ja, jetzt ist er fertig. Dann sagen wir es wieder, Steuerung A und weg mit dem Müll. So, alle Ordner sind auf dem aktuellen Stand. Server, er antwortet noch, er ist gerade noch am Arbeiten im Hintergrund. So, jetzt ist er fertig. Wollte mal rein. Da ist alles weg. Gelöschte Elemente ist auch alles weg. Diese ganze Junk-Scheiße können wir alles da lassen. Wunderbar. So, ich bin jetzt weg. Jetzt kommt der Admin. Irgendwie war vielleicht eine Team-Mailbox oder irgendwas, was auch immer. E-Mails hier alles gelöscht. Wir wollen das Ganze jetzt wieder herstellen. Na klar, stellt man dann jetzt nicht alles wieder her. Man kann jetzt sagen, bitte nur E-Mail und so weiter und so weiter. Wir gehen jetzt da mal rein. Opt-Mail-Co-Helper-Skript. Da haben wir jetzt dasselbe Script mit Backup and Restore. Kurzer Blick in Doku. Wenn wir jetzt bei Restore reingucken, ihr seht, das ist leider Gottes nicht viel. Brauche ich wirklich nur sagen Restore. Und dann fragt ihr mich einfach nur, welchen Ordnung. Und danach kommt die Abfrage, was willst du denn überhaupt machen? Gucken wir auch. Einfach Backup-Skript-Restore. Ganz wichtig nochmal, ihr müsst jetzt immer so ein bisschen mitdenken. Was jetzt ja im Hintergrund läuft, sind ja eigentlich nur Docker-Container, die auf ihre lokale Volumes auf diesem Server hier zugreifen, wo dann die ganzen Daten liegen. Im Endeffekt reicht es die ganze Zeit vollkommen aus, wenn, bei einer Datenbank was anderes, Daten physikalisch restored werden und einfach der Docker-Container neu gestartet wird. Hier hatte ich das ja auch schon mal gesehen gehabt, dass das so läuft. Aber lasst uns einfach mal beobachten, was passiert. Er fragt mich jetzt nach der Backup-Locate. Wo liegen denn deine Backups? Habe ich ja eben gesagt, bei mir jetzt in meinem Ordner Temp, ganz High Security Ordner außerdem. So, und hier ist die Liste. Ja, bei mir jetzt nicht relativ lang, sondern nur ein einziges zur Verfügung. Aber er hat erkannt, anhand wahrscheinlich von der Schreibweise, dass es da wahrscheinlich um ein Mail-Callback abgeht. Deswegen wähle ich hier die 1 aus. Jo, das hätte ich gern. Ah ja, jetzt fragt er mich, was hätte ich denn alles? Ich würde jetzt sagen, all 0, dann würde er alles machen. Ich habe ja eigentlich auch nur mein Mail-Directory gelöscht. Ich habe an der SQL, da hat man gar nicht nix gemacht. Ich habe keine Kalendereintrag gelöscht. Das ist die Frage, in unserem fiktiven Beispiel wissen wir ja eigentlich, wir haben nur Mail gemacht. Ich würde sagen, wir testen auch einfach nur Mail. Wir sind ja hier eh freizügig und testen einfach mal. Also Mail-Directory, einfach mal ausprobieren. Nummer 5, sagen wir, wollen wir haben. Jetzt fährt er gerade Watchdog runter. Ach guck mal, er ist ja schon am irgendwas am wegkopieren. Jetzt muss ich kurz selber lesen. In den most cases ist not required to run full resync, blablablabla, aftercasing. Okay, ich hätte trotzdem gern scan den full. Was haben wir denn jetzt hier oben überhaupt gesehen? Scheinbar wirklich diese ganzen E-Mails, die wir hier weggelöscht haben, jetzt gerade in den V-Mail-Ordner irgendwie wieder eingepackt, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, mach das Ganze mal. Watchdog startet wieder. Das sieht mir hier so nach Docker-IDs aus. Ich vermute mal, der startet die Docker-Container neu. Und jetzt bin ich gespannt. Ich weiß es ja selber nicht. Oh, oh. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Er holt sich direkt die ganzen E-Mails wieder. Ist das geil? Das ist jetzt, läuft mit Active Sync. Da könnt ihr jetzt sehen, wie schnell das scheinbar funktioniert. Ich habe nichts gemacht. Gelöschte Ordner-Elemente sind wahrscheinlich ein paar drin, die ich noch hatte. Und da sind meine 216 E-Mails mit allen möglichen Daten, auch mit Anhängen und so. Da hatten wir ja Leute irgendwelche Bilder von ihren Hunden geschickt und sowas. Aber hey, alles da kann es einfacher sein. Also das ist echt wirklich. Und das ist immer noch das, was ich so bezaubernd finde an diesem ganzen Mail-Code-Thema. Wir reden da ja nicht über irgendeine Raketenwissenschaft bei Mail-Code, sondern wir reden immer noch über etablierte Produkte, die seit Jahrzehnten im Linux-Markt unterwegs sind mit PostFix und DoveCode und was nicht alles. Und das macht die Sache einfach nachher auch so super einfach handelbar, dass man mit dem Mail-Code-System einfach, einfach arbeiten kann. Und das sieht man jetzt auch einfach hier. Dateien werden wieder reingeschoben, einfach blöde Target-Set-Ordner. Wenn ihr jetzt selber mit dem Scheiß-Backup, mit dem Scheiß-Backup, was ihr hier macht, was machen wollt, ehrlich, wie kann es einfacher sein, als irgendwelche Target-Dateien, die ihr jetzt, keine Ahnung, vielleicht nochmal auf Tape-Punkt oder keine Ahnung, wohin schiebt, per SCP, per Sync oder was nicht alles. Einfacher kann es denn eigentlich noch für denjenigen sein, ein Script ausführen und es wird alles, was wichtig ist, einfach gebackupt und ihr könnt es auch auf einem Fiat-System im absoluten Notfall irgendwie wieder einspielen und alles ist da. Ganz ehrlich, schöner kann das Thema einfach nicht mehr sein. Ihr habt selbst die Mail-Code-Kunft da, also, keine Ahnung, mir fehlen einfach die Punkten, weiterhin die positiven Worte zu dem Thema, keine Ahnung. Deswegen, wir haben es live getestet, ihr habt gesehen, es kann nicht mehr einfacher sein. Ich, ja, mir fehlen einfach die, ich finde es absolut super und mir gibt es wieder Doppel-Daumen hoch zu dem Thema Mail-Code, keine Ahnung, schmeißt Exchange weg. Wie gesagt, letztes Video habe ich euch auch schon gesagt, ich habe, lasst mal Erfahrung da. Wie groß, welchen großen Umgebungen nutzt ihr Mail-Code? Hat einer hier Erfahrung, der sagt, ey, ich nutze hier Mail-Code mit 200 Leuten oder sowas? Lass mal einen Kommentar, da würde mich echt super, super interessieren, weil habe ich einfach keine Erfahrung drin. Ich kenne es halt eben nur aus dem kleinen Umfeld, wäre einfach sehr spannend zu hören. Bis dahin, bleibt gesund, ich wünsche euch was, schönen Tag noch, ciao.